Kennwörter werden nach wie vor für die Authentifizierung gerade im Unternehmen primär verwendet. Und mit der Verwendung dieser Kennwörter entstehen natürlich oder daraus ergeben sich letzten Endes Risiken, vor allem wenn die Kennwörter zu schwach sind. Schwache Kennwörter sind in erster Linie Kennwörter, die zu einfach zu erraten sind, Kennwörter, die zu einfach zu knacken sind. Wenn ich ein Kennwort hätte oder den Hash eines Kennwörts, der acht Zeichen lang ist, brauche ich unter drei Minuten, den auf dem herkömmlichen PC zu brechen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass solche Sachen nicht passieren können, dass Kennwörter verwendet werden können, die letzten Endes ganz banalen Angriffen widerstehen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass Kennwörter stärker sind. Je stärker die Kennwörter sind, desto geringer ist das Risiko, dass Kennwörter letzten Endes erraten und damit auch missbraucht werden können. Das würde Passwörter schwach machen an der Stelle. Kompromittierte Kennwörter sind in erster Linie deshalb ein Risiko, weil ich das Gefühl haben könnte, dass wenn ich Kennwörter nur mathematisch stark genug mache, indem ich durchsetze, dass sie lang genug sind, ich denken könnte, das ist ausreichend. Das ist es aber nicht. Auch BSI empfiehlt, über den Grundschutz Maßnahmen zu implementieren, die das Verwenden von kompromittierten Kennwörtern verhindern. Wie mache ich das in der Active Directory? Wie mache ich das in einer AD? Letzten Endes kann ich das mit herkömmlichen Bordmittel nicht machen. Ich brauche einen Passwortfilter, der letzten Endes bei der Auswahl des Kennwortes, wenn der Anwender sein Kennwort beim Kennwortwechsel neu eingibt, in Echtzeit prüft gegen eine Liste, ob das Kennwort kompromittiert ist. Und wenn es kompromittiert ist, darf dieses Kennwort nicht akzeptiert werden. Dann muss es eine Fehlermeldung geben, der Benutzer muss informiert werden. Im besten Fall wird ihm auch gesagt, das Kennwort ist kompromittiert. Such dir Neues aus, sodass er auch Weißwasser falsch gemacht hat. Sodass er dann die Möglichkeit hat, sich ein neues, starkes Kennwort zu vergeben, das halt nicht kompromittiert ist. Wenn es diesen einen Standard geben würde, dann wäre dieser unbedingt zu folgen. Es gibt viele Empfehlungen. Grundschutz, DSGVO, NIST. Wichtig ist, dass wir uns darüber im Klaren sind, was die Anwender in der Lage sind zu liefern. Wenn der Anwender nicht mehr als sich ein 12-Zeichen langes Kennwort merken kann, dann macht es keinen Sinn, wenn ich Kennwortanforderungen durchsetzen möchte, die 30 Zeichen und mehr erfordern. Weil es dann nachher dazu führt, dass der Anwender sich die Kennwörter aufschreibt. Nun。 Bis zum nächsten Mal.